Hallo liebe Leute, wir sind wieder in Kassel angekommen und Weihnachten steht vor der Tür. Wir durften dieses Jahr wieder viele Festivals spielen und mit Leuten Musik genießen und eine gute Zeit haben. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Beide wissen ja auch, dass es vielen Menschen nicht so gut erging dieses Jahr. Viele tausende Flüchtlinge kamen um bei dem Versuch, geschlossene Grenzen zu überwinden. Viele davon nahmen den Weg über das Mittelmeer und deshalb möchten wir gerne auf eine Organisation aufmerksam machen, namens Sea-Watch, die schiffsbrüchige Flüchtlinge rettet und vor dem Tod bewahrt. Sie baut auf auf das Engagement von unzähligen Freiwilligen und wird nur nicht private Spenden finanziert. Und deshalb möchten wir euch darum bitten, es uns gleich zu tun und zu spenden für Sea-Watch. Sei es nur das Rückgeld vom Weihnachtseinkauf, ein paar Euro, jede Spende hilft, egal wie viel. Und wir fänden es schön, wenn ihr dabei seid. Deswegen einfach, unter dem Video ist ein Link, einfach drauf gehen und spenden. Vielen Dank.